So, hallo, ich begrüße euch bei einem Spiel, von dem ich noch nicht weiß, wie viel ich davon spielen werde, weil ich auch nicht weiß, wie es als Let's Play funktioniert. Ich könnte es mir aber ganz cool vorstellen. Ich weiß es halt nicht. Müsst ihr dann entscheiden, ob es euch gefällt oder nicht. Polyball ist ein Spiel, wo man mit einem Ball durch ein Level rollt. Also so ein bisschen wie Monkey Ball, nur ich glaube, die Level sind ziemlich groß. Da kann man verschiedene Bälle, okay, whatever. Ich denke, wir starten einfach direkt ins Spiel rein. Ach, guck mal. Ist mit Steam verbunden, also anscheinend kann man da dann auch ganz viel gucken. Es gibt anscheinend auch Community-Levels. Falls ihr euch ja was erstellt habt, lasst es mich wissen. Und ich starte einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gespielt. Sektor 0 offensichtlich. Schön langsam. 0 Marathon. Ist das dann Level 1, 1, 1, 1, 1, 1? Wahrscheinlich. Spielen. Gucken wir mal. Genau, also ich bin hier ein Ball. Tipp-Debug-Menü. Achso, es lädt gerade. Okay. Ich verschiebe mal kurz das Fenster. So. Start. Okay, also es geht mit Controller offensichtlich. Ist schon mal gut. Und da bin ich auch schon. Alles klar. Ich kann springen. Und ich... ...sollte durchs Ziel kommen. Okay. Er zieht Silber plus 2 Medaillen. Jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Ähm, Neustart. Da gab es ein paar Sachen zum Einsammeln, oder? Hab ich das richtig gesehen? Wenn ich hier einmal so ein bisschen außenrum gehe... ...gibt es hier Stuff. Vielleicht will ich den Stuff hier haben, bevor ich ins Ziel gehe. Ach, jetzt! So. Oh mein Gott, die Stung ist aber ganz schön schwammig. Ist das mit Tastatur auch so? Ah, geht gerade gar nicht. Äh, was war das für eine Taste? Langsam unterwegs plus 1. Okay. So, und es waren auf der Seite auch noch solche Dinger, ne? Ah ja. Sehe ich irgendwo, wie viel ich habe? 8 von 9. Ah, 1 fehlt noch. Wo ist das denn? Ach, hier auf dem Weg direkt. 9 von 9. Hm. Erzielt nichts. Aber jetzt müsste es doch gut sein, dass ich die Dinger mitgenommen habe, oder? Ich meine, ich kann ja mal... Hm. Wie komme ich hin zum Neustart? Ich komme in die Bestenliste. Da wollte ich nicht hin. Ah, jetzt. Ich kann einfach mal ganz schnell durchs Ziel durchpreschen. Silber? Für Gold muss ich unter 5 Minuten. Wie viel hatte ich jetzt? Weiß ich nicht. Neustart kann ich jetzt irgendwas anbauen. Also, go. Wie kommt man denn da unter 5 Minuten durch? Und wieso kann ich diesmal nicht Neustart da unten auswählen? Hä? Okay. Ich glaube, ich muss da eher springen oder sowas. Dann komme ich vielleicht über das Wasser drüber. Jetzt kann ich wieder Neustart out... Ne, kann ich nicht. Hallo? Aber so kann ich das machen. Springen wir mal eher. Komm ich aber auch nicht unter 5 Minuten. Ist ja wurscht. Ey, bis die Kunden. Ist ja wurscht. Wir können ja ins nächste Level dann gehen. Was sind die Dinger? Weiß ich nicht. Aber gut, ist hier... Wie gesagt, ist wurscht. Äh, nächstes Level ist dann Y. Ist das hier Y? Jawoll. Errungenschaft. Metric Mile. Gut. Ich denke, wir spielen einfach mal ein bisschen, ne? Vielleicht kann man die Empfindlichkeit noch hochstellen, weil es steuert sich schon ein bisschen komisch. Wow, okay. Äh, hier soll ich wohl nicht hin. Auf Select resette ich das Level. Oh mein Gott, ich tue schon wieder. Hallo? Ah. Vielleicht mal ein bisschen langsamer. Auch wenn das etwas komisch... Das sieht ein bisschen komisch aus. Ah, ich hab die Kamera. Ach so. Huch, Hilfe. Das ist nicht ganz, wie ich die Kamera drehen wollte. So schon besser. Ja, so verstehe ich das schon eher. Äh, wo gehen wir lang? Gehen wir mal da lang. Äh, ich sehe wieder nichts. Hallo? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh. Okay. Ach, hier unten. Oh, da waren ganz viele von den Knobbeln. Gut, dass ich kein einziges mitgenommen habe. Ah, da ist jedenfalls das Ziel. Ja, cool. Schön dran vorbei. Oh mein Gott, diese Steuerung ist echt nicht so... Ja, nichts erzielt. Cool. Okay, können wir mal ins Hauptmenü? Pretty fast. Ja, Mensch. Ich will mal gucken. Äh. Ja, Grafik ist schon in Ordnung, glaube ich. Sound passt schon. Gameplay. Input-Richtungspfeil. Drehrichtungspfeil. Ach so, Gameplay ist was anderes. Ja, 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 ja. Kamera. Kamera-Standard-Zoom. Das würde ich gerne machen. Tastenzuweisung, ja gut. Aber wir haben ja jetzt keine. Ich kann es doch gar nicht anwählen. Auch cool. Da unten habe ich jetzt jedenfalls diese Knobbeln. Ach, damit kann ich jetzt Zeug kaufen, ne? Ich kann ja mal die Kontrollempfindigkeit hochstellen, auch wenn es gerade bei der Kamera ist, was mich ein bisschen verwirrt. Aber vielleicht lässt sich dann besser steuern. Aber das ist die Kamera gerade. Das kann ja mit der Kamera nichts zu tun haben. Tastenzuweisung geht jedenfalls nichts. Okay, zurück. Okay, bei Individualisieren. Da kann ich jetzt für die Knobbeln kaufen, oder wie? Äh... Äh, das ist doch alles das Gleiche. Y-Ausstattung. Ach, hier drüben bin ich jetzt. Das kostet zum Beispiel 15. Kann ich mir das mal holen? Kostet 15 Scheiben. Scheiben habe ich von... Von diesen Scheiben habe ich zwei. Sehe ich das richtig? Dann geht das nicht. Ah, das geht doch. Also das sind diese... Diese Dinger, die Scheiben. Okay. Jetzt habe ich so einen Viech. Na, dann rollen wir halt mit so einem Viech. Durch die Gegend gerade. Ähm... Okay. Ich spiele einfach mal weiter. Also die zwei haben wir jetzt. Ach, Scherben, nicht Scheiben. Oh Gott, diese... Zwei Dinger da unten sehen aus wie Scheiben. Aber das sind die Medaillen, die ich habe, ne? Okay, also am See ist das nächste. Ah, ich weiß nicht, ob das zum Zuschauen so spannend ist. Als Let's Play. Ich nehme einfach mal so drei oder ein paar Folgen auf. Jetzt haben wir jedenfalls dieses Ding. Aber es ist an sich das Gleiche. Aber die Stolken ist jetzt... Naja. Naja, die ist immer noch so ein bisschen schwerfällig. Wahrscheinlich soll sie das auch sein. Keine Ahnung. Ich komme da nicht einfach durch, ne? Zeit ohne Bodenberührung. Ja, gut. Man hätte wohl außenrum gesollt. Das, äh... Ja, okay, komm. Dann gehen wir außenrum. Oh, hier kommt es ja mal... Hier kommt es ja mal nicht außenrum, oder? Ah, doch. Theoretisch schon. Ich muss nur die Kamera noch gleichzeitig drehen. Ah. Ah, diese Kamera. Oh mein Gott, das wird mich killen. Aber habe ich den nicht gerade umgekehrt? Okay. Okay. Erzielt nix. Na, das ist natürlich nicht so gut. Vielleicht mal zur anderen Seite. Aber das könnte man nicht einfach automatisch dem Ding irgendwie voll. Das wäre viel besser von der Option her. Macht er ja teilweise auch. Aber teilweise dreht er sich dann halt auch nicht mehr um. Aha, komm schon. Hopp. Also jetzt teilweise folgt er dem ja schon, wie er das auch soll. Nice. Okay. Nächstes Level. Y. Ausblick. Erster Sprung. Oh, jetzt muss ich springen, ja. Oh, im Himmelsfeld. Darüber, oder was? Okay. Aber das... Ah, sobald ich die Kamera umstellen muss, ist es halt etwas ungünstig. Okay. Okay. Und dann darunter. Ja, nice. Erzielt nichts. Macht aber nichts. Okay. Äh, ich gehe mal wieder ins Hauptmenü, Geschwind. Das war nicht das Hauptmenü. Ah, ich kann aber auch hier die Einstellung... Ich kann auch einen Bug. Kann man irgendwo automatische Kamera-Folge oder so? Automatische Kamera-Verfolgung hier. Aber es ist doch an. Warum funktioniert das nicht? Okay. Das mache ich mal wieder zurück hier. Es geht halt nicht genau gleich. Okay, meinetwegen, whatever. Ähm. Ja, Tassenzuweisung funktioniert nicht. Was ist denn der Input-Richtungs-Pfeil? Was ist denn der Drehrichtungs-Pfeil? Ich mache das mal an. Und hier mache ich mal World-Buch. Ich wollte... Boah. Wie komme ich zu World? Ah, jetzt. So. Ähm, dann würde ich gerne ins nächste Level gehen. Ach, bei Steinbruch habe ich jetzt noch keine Medaille, ne? Das ist natürlich blöd. Das sollten wir ändern. Weiß jetzt ja auch, wo ich langen muss. Das ist ein bisschen schnell gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komme ich da hoch jetzt? Nein. Aber guck mal, jetzt habe ich hier lauter Stats an mir dran. Das ist natürlich auch interessant. Ah, ich lerne es nicht. Ja, tschüss. Das ist schon viel besser. Wo ist es? Wo ist es? Ah! Fuck! Na gut. Immerhin Bronze. Immerhin Bronze. Ich wollte nicht neu starten. Die Shortcuts muss ich noch irgendwie... Die habe ich noch nicht drin. So. Dann haben wir die drei jetzt mit Medaille, ja? Erste Springer haben wir auch schon eine Medaille, oder? Nee, erste Springer haben wir keine Medaille. Okay. Ja. Gut gesprungen. Oh mein Gott, okay. Ja gut, man muss dann schon ein bisschen schneller wahrscheinlich, wenn man mit deinem Willen da durchgehen. Ist da oben eigentlich was? Das sieht so aus, wie wenn man da hin könnte. Ah, fuck. Da oben. Muss ich mal ausprobieren nachher. Nein! Blöde Kamera. Macht doch sowas nicht mit mir. Ah! Jetzt eigentlich, was gibt es noch so für Tasten? Das hier ist rauszoomen anscheinend. Ziemlich offensichtlich ist das rauszoomen, ja. Ach, kann ich da jetzt mal gucken, ob da oben was drauf ist? Ja, sehe ich nicht. Das macht das ganze Zeug hin und weg. Okay. Was macht die Taste? Die macht nichts. Da springe ich nur. Die Kamera ist halt echt wahnsinnig merkwürdig. Und so ist es allerdings auch ganz cool. Da kann ich jetzt mal gucken, ob da oben was draufraum ist. Äh, ja, cool. Können wir wieder ranzoomen. Das wird also nicht zurückgesetzt. Das ist auch gut zu wissen. Tschüss. Hm. Ja, so sehe ich halt dann immer wahnsinnig viel. Okay. Und. Durch. Fronze. Oh, Silber sogar. Schön. Nehme ich mit. Nächstes Level wäre jetzt Ypsilon. So, wo ist Ypsilon? Auf der Tastatur. Nicht auf der Tastatur, sondern auf dem Ding hier. Weil wenn ich hier drauf drücke, dann komme ich ins nächste Level. Alles klar. Flutebene. Also das Spiel ist schön, keine Frage. Ich weiß halt nur nicht, ob man das als Let's Play anbieten kann. Ich würde die Stats auch dann gleich mal wieder deaktivieren, weil das doch ein bisschen stört beim Spiel. Ah Mist. Ah Mist. Wo muss ich denn überhaupt hin? Mist. Das sieht nach dem ganzen Korb anbieten aus, da sind sie jedenfalls. Oh mein Gott, nein. Nicht mein scheiß Ernst. Wo ist die Bremse bei dem Ding? Nix erzielt, das weiß ich auch so. Vielen Dank. Was? Was ist das denn? Wie zurück mit den Schwachsinn brauchst du? Na gut, meine Kate. Next. Alter Wald. Alter Wald. Alter Wald. Okay, ich versuche mal auf diesem Weg hier drauf zu bleiben. Ich glaube, das wäre ganz klug. Unsinnvoll. Unsinnvoll. Oh mein Gott. Ja, ja. Aber ich kann auch hier unten weiterrollen anscheinend. Komm ich hier noch irgendwie irgendwo hin jetzt? Ja, jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Ich habe keine Ahnung. Gibt es hier ja nicht Checkpoints oder muss man alles von vorne rollen? Alter, das scheint jetzt doch ein längeres Level zu sein. Ja, ja. Ja, ja. Vorsichtig, nicht zu heftig hier die Kurve. Also für spätere Level wären dann sowas wie Checkpoints, wenn das jetzt hier jetzt schon so ein langes Level kommt. Äh, wäre Checkpoints eine ganz nice Sache. Ich meine, ich stelle euch vor, ich fall jetzt runter, dann kann ich wieder von vorne anfangen. Logischerweise. Holy shit. Oh mein Gott. Ich möchte jetzt echt nicht mehr runterfallen. Das wäre nicht so cool. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch ist, aber es hört ja nicht auf. Okay. Oh, Ziel. Bitte nicht dran vorbei. Dankeschön. Puh, Bronze. Okay. Puh. Und am Anfang sehe ich immer rechts, fängt das richtig. Ah ja, hier brauche ich für Gold 19 Sekunden. Das ist also jetzt kein so langes Level. Da geht es einfach nur gerade runter. Und schneidend. Oh, mit Speed. Mit Speedboosts. Speed. Oh mein Gott. Was zur Helle. Alles klar. Nice. Silber. Sehr schön. Hm. Ziehen wir mal noch durch und versuchen mal die... Entschuldigung. Die... Die erste... Den ersten Abschnitt durchzuziehen im ersten Part. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Ist das... Oh, jetzt... Jetzt... Ja, geil. Danke. Oh Gott. Ja, super. Ja, ich drücke halt eigentlich, dass ich springe. Ja, ich drücke halt eigentlich, dass ich springe. Also die Steuerung ist wirklich was Spezielles. Sag ich mal. Weiß ich, ob ich das Problem bin oder... Wahrscheinlich. Ich habe aber eigentlich halt echt jetzt gedrückt. Okay, können wir mal kurz... Ähm... Diese komischen Dinger da wieder ausmachen. Kamera... Ja, ich weiß auch nicht. Ach, guck mal hier. Kameraverfolgungsstart. No controller. Da kann ich hier viel mehr drauf gehen oder was? Was passiert dann? Man weiß es nicht. Was passiert jetzt? Ich drücke halt springen. Oh mein Gott. Ich komme nie wieder so weit wie vorhin. Nein, lass das, lass das, lass das. Oh, da war... Habe ich nicht die Dinger ausgeschaltet, die bei mir waren? Jetzt sind sie immer noch da, oder? Die ganzen Anzeigen... Hä, ich bin verrückt. So, soweit, so gut. So, jetzt ein bisschen Stopp und dann da rüber. Und jetzt Stopp. Jetzt muss ich die Kamera erstmal drehen, sonst drehe ich am Rad. So, dann kann ich hier rüber hüpfen. Jetzt muss ich die Kamera aber wieder erstmal drehen, sonst sehe ich überhaupt nichts. Dann muss ich da rüber springen. Oh mein Gott, Stopp. Muss ich hier hinspringen? Oh nein! So bald. Oh mein Gott. Ja, cool. Also ich glaube, da fallen mir bessere Spiele ein, zum Beispiel zu playen. Machen wir das einfach mal als Letztest oder sowas. Weiß auch nicht. Das guckt sich doch keine an. Oh mein Gott. Oh scheiße, ich kann da nicht stoppen. Bin ich so blöd oder ist die Steuerung echt so schwerfällig? Ah, guckt euch das an, wie ihr einfach nach drüben geht. Ja, geil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber ich habe keine einzige Einstellung, die irgendwie mit einem Controller was macht. Ich habe hier nur diese komische Tastenzuweisung. Und das ist ja natürlich Quatsch, weil wir nicht mit Katastik spielen. Was ist jetzt eigentlich, wenn ich das hier zurückgehe? Weil was ist das? Was macht das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Weil es ändert ja anscheinend nichts. Ich habe irgendeinen Balken von ganz oben nach ganz unten und ich sehe keine Änderung. Heiligeschneißen. Okay, lassen wir das da eben mal. Äh. Ja, ich bin sicher. Dankeschön. Okay. Ähm. 20 Tote. You have died. Gut. Ah, dafür braucht man mit. Oh, ich brauche Medaillen, um weiterzukommen. Uh. Buh, 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 buh. Also mindestens Bronze immer, ja. Und ich brauche mehr, weil ich brauche ja für... Ach du Scheiße. Ah, ha, ha, ha. Ich habe jetzt zehn Medaillen. Es sind wie viele Level? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Das heißt, ich brauche in fast jedem Level mindestens Silber. Ja. Ha, 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 ha. Ja. 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 Alter, Null-Marathon ist 4 Minuten? Moment, ist der Null-Marathon einfach alle hintereinander? Ach du Scheiße. Der Null-Marathon ist einfach alles hintereinander, aber ich scheine den Zwischendurch abbrechen zu können. Moment, das heißt denn ja aber auch, ich muss, oh mein Gott, ich muss da ja in der Höhle... Oh Mist! Ich muss in der Höhle... Ach du Scheiße. Wo ist es? Ich hab keine Ahnung. Natürlich bin ich wieder dran vorbei. Mein Gott! Also ich muss dann ja selbst erzählen, was ich gerade nicht geschafft habe... Oh mein Gott! Oh! Oh! Oh man kommt hier hinten rum. Oder auch nicht. Zu nem Stück zumindest kommt man da hinten rum. Dann sollte man aber wieder mehr nach vorne. Alles klar. So kann ich mir das Wasser zumindest sparen. Ja guck mal, da ist die andere Kugel. Von mir. Trotzdem mach ich schneller als die. Super. Okay. Ach du Schande. Und wenn ich runterfalle, dann geht das praktisch auf die Zeit insgesamt vom Marathon drauf. Die geht nicht von vorne los, sondern die geht einfach dazu. Ah shit! Jetzt bin ich nämlich bei 1,18. Jetzt restarte ich und bin bei 1,19. Das ist ja geil. Das ist ja super. Das heißt, obwohl der jetzt gut gelaufen ist... Ähm. Obwohl der jetzt gut gelaufen ist. Dankeschön. Nützt es mir nix, weil es erst der zweite Abschlauf war. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Ich verstehe. Also ich weiß, wo das Ding ist, aber ich muss jetzt irgendwie den Weg finden, um beim schnellsten hinzukommen. Aber ich muss mich halt hier so ein bisschen halten. Das könnte aber vom Weg her ganz gut funktionieren, oder? Ich weiß es nicht. Nein! Ja, doch. Das ist vom Weg her glaube ich ganz gut. Pff. Dazu komme ich dann jetzt auch da rüber. Ah shit! Ah verdammt! Ich dachte, ich komme da direkt rüber, aber gut, so geht es ja auch. So geht es auch. Hat zwar ein bisschen Zeit gekostet. Ah nein, hier drüben ist es. Nein, 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 nein. Nicht wieder ins Wasser, nicht wieder ins Wasser, nicht wieder ins Wasser. Oh Gott, diese Steuerung macht mich wahnsinnig. Ja, da kommt dann mein Ball, der erstmal nach hinten abhaut. Jetzt kommt das Wald-Ding, ne? Ja, cool. Toll. Fuck my life. Nein, schlecht. Ja, geil, danke. Super toll. Nein, 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 nein. Hey. Hey. Okay. Nein. Oh das war knapp. updated. hat mich der Schatten gebatet. Der Schatten baitet einen auch richtig hart, teilweise. Oh mein Gott. Ich einfach keins von den Dingern mitnehme. Ging es jetzt nur noch gerade runter? Ja, ich glaube ja. Ja, ne? Schön versuchen, das Ziel zu treffen. Bitte, bitte das Ziel treffen, bitte das Ziel treffen. Nicht dran vorbei. Ich hasse mich. Ich... Nein! Oh, wie komme ich jetzt nach hinten? Roll doch bitte einfach da hoch. Alter. Wie er einfach nicht... Oh Gott. Wie er einfach nicht da hinrollt, wo er hinrollen soll. Oh mein Gott. Ist das mein Ernst? Geh doch da jetzt bitte hoch. Ja. Oh, ich komme da nicht mehr hin. Ja gut, RIP-Marathon. Cool, 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 cooles Spiel. Okay, ähm... Toll. Äh, das hat ja sogar funktioniert. RIP. Okay. Das... Oh Gott. Und da der Null-Marathon ja das zusammenfassende Ding ist, muss ich also wirklich in jedem Level mindestens Silber holen, um weiterzukommen. Sick. Okay, ich belasse es mal dabei und überlasse euch, ob ihr davon mehr sehen wollt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. So, hallo, ich hänge das, äh, an den bisherigen Part einfach hinten an. Ich möchte das Ganze mal kurz nochmal mit Tastatur probieren. Äh, es ist jetzt ein Tag her, dass ich das aufgenommen hatte, weil ich echt nicht zufrieden bin. Ich habe jetzt die Musik auch leiser gemacht, die war viel zu laut, holy shit. Und ich habe herausgefunden, ähm, man muss nicht in allen Leveln Silber haben, sondern es gibt zum Beispiel auch eine Medaille, das können wir gleich mal am Steinbruch testen. Es gibt zum Beispiel auch eine Medaille, wenn man alle, äh, Sammelscharts gesammelt hat in dem Level. So. Ah, okay, jetzt, jetzt rolle ich. Also ich will erst mal kurz gucken. Jetzt muss ich mit der Maus die Kamera machen, das ist... auch interessant. Aber ich glaube, man kann die auch irgendwie... Oh, oh mein Gott. Man kann auch irgendwie verfolgen. Aber so wirklich verfolgen durch die Kamera habe ich jetzt hier auch nicht. Jetzt muss ich ja trotzdem... Also sehe ich ja nix. Oh mein Gott. Aber es ist zumindest... Ich weiß nicht, ob das so besser ist. Habe ich das eingesammelt? Okay, sehr schön. Ähm. Ich weiß nicht, ob das so viel besser ist. Und da unten ist übrigens, sehe ich gerade... Da unten ist so ein Feuerding, was wir schon mal auf dem anderen Ding gesehen haben. Da gehe ich gleich mal auch noch hin, nachdem ich den Schad hier zurückgeholt habe. Ach, nee, wie... Haben wir hier schon alle 16 mal gesammelt? Nee, kann gar nicht sein. Niemals habe ich hier schon alle 16 gesammelt, weil ganz viele sind ja auf dem einen Felsen drauf. Die habe ich niemals mitgenommen damals. Kann ich mir nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht. So, langsam. Genau die hier nämlich. Oh, fuck. Hä, wie kann man die denn... Die kann man doch auch gar nicht gleichzeitig alle holen. Also ich glaube, man kann nicht schnell sein und die Schad sammeln. Ich glaube, es ist beides praktisch extra. Also einmal Schad sammeln und schnell sein. Holy shit. Weil das doch ein bisschen... Gerade die kriege ich ja nicht gleichzeitig. Die andere ist ja da unten. Links, rechts von mir. Hier siehst du. Die kann ich ja nicht gleichzeitig holen. Das funktioniert nicht. So, zwei fehlen noch. Da ist eine. Und die andere ist auf der anderen Seite. Ja, super. Nee, also das muss schon so gedacht sein, dass man die separat sammelt. Ah, das kann ich mir das nicht vorstellen. Okay, mit der Maus kann ich mir die Kamera schon schon vorstellen, wenn ich das dann so hinkriege, dass die Kamera auch das tut, was ich will. Dann würde ich gewöhnen mich dran. Ja, doch. Muss ich ein bisschen sensibler noch machen, dann sollte das passen. Zack. Aber ich glaube, dann ist es tatsächlich angenehmer. Erzieht nichts. Aber ich müsste doch jetzt eigentlich eine Medaille bekommen für die Viecher. Ne? RS-Hauptmenü. Das ist toll. Tolles Hauptmenü. Habe ich jetzt eine Medaille bekommen? Oder hatte ich die schon mal alle 16? Ich hatte die noch nicht alle 16. Ich hatte die noch nicht alle 16. Aber ich habe keine neue Medaille. Ich habe 10 gehabt. Ich bin verwart. Okay, ganz kurz. Kamera. Maus-Horizontale Empfindlichkeit. Gehen wir mal ein bisschen hoch. So. Invertiert ist sie schon. Ich denke, das passt. Muss ich mir mal angucken, wie ich es gerne hätte. Allow-Follow-Cam. Das hätte ich gerne. Kamera Pro-Modus. Weiß ich nicht, was das ist. Lassen wir mal. Und hier habe ich halt die Tastenzuweisung. Aber da kann ich nichts anderes machen. Übrigens, in diese Tastenzuweisung komme ich nur rein, wenn ich den Controller nicht angeschlossen habe. Obwohl ich hier eine Controllereinstellung habe, kann ich die nicht auswählen, wenn ich den Controller habe. Also irgendwie weiß ich nicht. Ist komisch. So, dann. Und zurück. Und wo haben wir denn jetzt noch nicht alle Shards gesammelt? Ich hätte das... Also hier haben wir... Hier, Scherben, 9. Ich hatte doch hier nicht alle 16. Das wüsste ich doch. Ich bin verwirrt. Weil es heißt hier nämlich, da... Jedes Level hat als Ziel eine Abschlusszeit und ein Punktergebnis. In Klammer Scherben. Neue Sektoren werden freigeschaltet, wenn du genug Medaillen gesammelt hast und alle Leveln im jeweiligen Sektor beendet hast. Punktergebnis plus eine Medaille. Also ich müsste eigentlich eine Medaille bekommen, wenn ich alle Scherben sammle. Hm. Oder ich habe irgendwas verkackt. Oder ich habe nicht richtig hingeguckt. Man weiß es nicht so genau. Oder ich hatte es schon und weiß es nur wirklich nicht mehr. Ist ja wurscht. 21... Ich hatte hier niemals 21 Scherben. Aber guck mal, hier sind diese 8,5... Ah, warte mal. 900 Points. Sieht man irgendwo, was ich habe? Sind das die Points? Muss ich vielleicht trotzdem noch zusätzlich schnell sein? So ein bisschen schneller zumindest. Lass mich das nochmal ausprobieren. Wir können jetzt auch die Kamera nochmal uns anschauen. Okay, das ist irgendwie schon angenehmer. So, vorsichtig. Guck mal da, aber da gehen ja die Points hoch, ne? Da am Rand. Und hier ist es nicht bei 900 Points, dass es zu Ende ist? Jetzt bin ich verwirrt. Dann brauche ich ja doch nicht alle. Oder gehen die jetzt noch langsamer hoch? Ah, jetzt gehen die doch neben... Hä? Oh Gott, langsam, 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 nein, 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 nein. Wobei, jetzt habe ich ja 1.005 Points. Lass mich mal jetzt durchs Ziel gehen. Das hieß ja mit 900 Points, ne? Ach, dann hatte ich die Points aber vielleicht doch schon. Oder? Dann hatte ich die Points vielleicht doch schon. Lass mich das nochmal durchgehen, gedanklich. Also, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die Medaillen, die ich bisher habe, gehen nicht über Scherben. Ich dachte, ich bekomme dafür nochmal eine Medaille. Ich bin verwirrt. Hier, 600. Das ist das Ergebnis. Aber das habe ich doch. Ich habe doch hier 600 Punkte gehabt. Also, lass mal gucken. Ich versuche jetzt hier mal wieder alle einzusammeln. Aber es dauert halt trotzdem ziemlich lange, bis ihr kapiert, dass ich nach links möchte, wenn ich das dann drücke. So. Ja, cool. Einmal zurück. Oh mein Gott. So. Nein, nein. Oh mein Gott. Warum macht denn die Kamera jetzt so einen Scheiß? Ich bin nur am meckern bei dem Spiel. Merkt ihr es? So, nach oben bitte. Weil das Problem ist, dadurch, dass die Kamera sich ändert, ändert sich, alter, auch meine Steuerung. Okay, ich glaube, ich sollte dieses Autokamera-Ding ausm- Okay, ich glaube, das ist das Problem. Ich hätte das auch machen sollen. Das hier. Das ist eine Option, die darf ich, glaube ich, nicht drin lassen. Ich glaube, dann ist es angenehmer. Ja, dann stresst mich das nicht mehr. So, haben wir jetzt aufgrund der Points, irgendwie, ich verstehe das nicht. Egal. Hauptmenü. Wo ich mir aber sicher bin, dass wir die... Ich weiß jetzt halt nicht, wo wir die Punkte schon haben und wo wir nicht. Das mit den, das mit den, das mit den Punkten verstehe ich. Vielleicht machen wir einfach nochmal, machen wir jetzt einfach mal schnell die Level hier zu Ende. Dass ich das nochmal mit Tastatur testen kann. Weil, das bringt ja sonst nichts hier, wenn ich hier rumwurschtel. Das war ja so ein Problem-Level. Ja, okay. Springen kann ich halt nach wie vor nicht. Oh mein Gott. Also, das ändert mit Tastatur der Gamepad irgendwie nicht wirklich was. Das dauert ewig, bis er reagiert. Das wird halt auch ein echt unangenehmes Level für, äh... Holy shit. Für den Marathon. Hier verliere ich halt massig Zeit im Marathon. Weiß ich jetzt schon. Ich hab... Ich drücke halt eigentlich, dass ich springe. Ich bin doch nicht doof. Ich drücke das halt. Aber das Spiel meint so... Nö, drückst du nicht. Ich drücke es. Mann. Ich raste aus. Ich drücke jetzt Leertaste. Ich drücke jetzt Leertaste. Ich drücke jetzt Leertaste. Ich drücke jetzt Leertaste. Ja, warum geht's denn dann... Oh, dann drücke ich aber zu schnell. Mann. Was ist das denn? Aber trotzdem ist es so angenehmer zu steuern. Das muss ich schon mal sagen. Das war nicht viel schneller, aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Trotzdem kriege ich nicht kontrolliert den Ball. Aber es ist halt also, wenn ich einerseits die Maus für die Kamera habe und andererseits die Tastatur... Und andererseits die Tastatur zum Steuern... Äh, ja doch. Dann ist das, glaube ich, besser zu koordinieren, als alles mit im Gamepad zu machen. Das war doch etwas merkwürdig. Ich springe halt. Ich hätte echt gern das Level hier weg. Möglichst in Silber, dann müssen wir da nicht mehr rein erst mal. Oh mein Gott. Hm. Aber es ist vom Zuschauen her genau der gleiche Schwass wie mit Gamepad. Also das ändert eigentlich nichts. Ich dachte echt, jetzt wird es ein bisschen besser. Da hab ich mich gedäuscht. Holy shit. Kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, das... Ah, es ist die erste Welt. Es ist null. Wie soll das denn in späteren Welten? Darauf meine ich mich jetzt schon hier bei solchen Springen zu anstellen. Ich drücke... Ich drücke... Ich drücke Springen. Ich drücke Verfluchtbar mal Springen. Huch. Was ist das denn für eine Anzeige? Oh mein Gott. Ja, das... Wow. Ah ja, auch cool. Hm. Nee, ich verstehe das. Ja, das war super. Oh mein Gott. Geh, geh, geh bitte wieder ran. Hallo, hörst du auf dich zu drehen? Oh mein Gott. Man muss hier ja eigentlich schnell durchkommen. Cool. Stopp. Okay. So, kommen wir jetzt endlich mal da rüber. Wir haben ja doch mal was Neues für heute. Ah, das gibt's doch nicht. So, stopp. Okay, stopp. Langsam. Langsam, der Herr Kollege, bitteschön. Okay. Nicht darunter, nicht darunter. Ja, vorsichtig. Wo muss ich eigentlich hin? Oh mein Gott. Geht das so in einem Stück? Ich seh nix. Oh Gott, stopp. Nein, nicht runterfallen. Ah, bleib hier. Okay, jetzt rollen wir hier ein bisschen vorsichtig. Äh, ich nicht vorsichtig entlang. Ich muss aber da drüben, da muss ich springen, ne? Langsam, 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 langsam. Nein, nicht die Kamera jetzt verarschen. So, ist gut. Einfach nur nach oben erstmal. Jetzt vorsichtig. Jetzt kriegen wir nämlich wieder Schwung. Alter. Ach, und ich hab wieder diese Figur. Die wollte ich noch bei den, bei den, bei den Dings. Die Figur wollte ich mir noch anschauen. Das machen wir gleich noch. Oh Mann, ich fall... Komme ich da von hier aus? Ne, da muss ich unten rum, ne? Entschuldigung. So, da rüber. Stopp. Und dann einmal hier hoch. Hallo? Stopp. Dankeschön. Und dann einmal hier hoch. Ähm. Wo bade ich jetzt? Da! Dieses Ding. Was ist das? Das ist doch... Das ist doch nicht jetzt einfach hier nur irgendeine Deko. Das ist doch irgendwas. Komme ich hier rum? Ich sehe halt nicht so... Oh ja, doch, da komme ich genau hin. Vorsichtig. Nein, 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 nein. Wieso? Nein, nein. Nichts. Oh Gott. Ich... Kamera, bitte. Danke. Ich... Äh. Okay, einfach nur hochrollen nützt nichts. Ich... Oh mein Gott. Nein, Kamera, tu nicht... Tu nicht das, was ich nicht möchte. Komm schon. Äh. Okay, stopp. Das ist doch irgendwas. Was ist das denn? Wald. Eins von Wald gesammelte Trophäen. Okay, also... Heißt das, es gibt in jedem Level so ein Ding? Ähm. Muss ich das Level beenden, um die... Nein, nein, nein. Zählt jetzt als gesammelt, wenn ich hier rausgehe? Was ist die jetzt wieder da? Wurde ist die jetzt eingesammelt? Die ist nicht mehr da, oder? Bin verwirrt. Aua. Wo sehe ich denn das, ob ich die jetzt habe? Bestimmt hier. Trophäe. Ist die bei den anderen jetzt... Ah ja, hier ist sie eingesammelt. Ach, nun wird sie... 31, willst du mich verarschen? Also, kann ich hier auch noch so eine Trophäe suchen, ja? Können die weit weg? Ja gut, wen frage ich das am Blöds? Da ist es dann vielleicht gut, die Kamera mal so ein bisschen umschweifender zu machen. Ich würde jetzt mal vermuten, die ist irgendwo hinter dem Ziel... Ist sie da? Ja! Oder? Natürlich. Ne, das ist ein Feuer. Lol. Der ist vorher mir gar nicht aufgefallen. Also schon so ein bisschen rumsuchen jetzt, ne? Hat auch die Frage, wie gemein sowas versteckt sein kann. Also ich weiß, die eine habe ich ja gesehen, bei den ersten Sprüngen, aber da weiß ich überhaupt nicht, wie ich hinkomme. Muss mir gleich mal anschauen. Also gut so groß ist das Gebiet jetzt ja nicht. Die wird sich ja wohl irgendwo auftauchen lassen finden. Die wird sich ja wohl irgendwo auftauchen lassen finden. Okay, hier am Rand nicht. Okay, hier am Rand nicht. Oh, kann ich auf die Bäume da drauf und über die Bäume irgendwo hin? Ich fürchte, theoretisch kann ich das. Oh, scheiße. Dann könnte ich da rüber. Okay, da komme ich aber auch so noch hoch. Oh, ich hoffe nicht, dass der da auf so einem Baum drauf ist. Das ist das Feuer da hinten. Das ist es nicht. Puh. So groß ist das Gebiet halt nicht. Ich müsste das doch sehen. Wenn die genauso aussehen sollte. Vielleicht sieht die auch ganz anders aus, aber... Hier hinten kann ich nicht weiter, ne? Da ist irgendwann dann auch Ende. Das wäre ja auch dumm, wenn das da versteckt ist. Oh mein Gott, ernsthaft? Äh, wie komme ich jetzt da auf was? Kann ich das da hochspringen? Oh mein Gott, ernsthaft. Nein, ich komme da halt nicht mal hoch. Hallo? Ja, cool. Spring. Spring. Du kannst es. Du schaffst es. Nein, du warst doch oben. Oh mein Gott. Okay, neuer Versuch. Okay, neuer Versuch. Mit an Lauf. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, fuck. Okay, kann ich irgendwie flacher da hoch? Vielleicht hier an der anderen Seite? Vielleicht geht das da recht flach hoch und dann von oben runter? Okay, das ist ja so. Ich komme nicht hoch, aber jetzt kommt der Teil, wo es wahrscheinlich nicht mehr so hoch geht, oder? Doch, ich komme noch hoch, okay. Aber jetzt wird es steiler. Nein, hier geht es auch noch. Okay, dann ist das der Weg. Ich fahre voll dran vorbei gleich. Ich kenne mich doch. Oh mein Gott. Nein, das wollte ich nicht drücken. Ich fahre dran vorbei. Nein! Ich hasse alles. Oh Mann. Kannst du bitte irgendwie einen anderen Weg da hoch? Nein, hier geht es auch nicht besser hoch. Ich kann nur von der anderen Seite... Oh, nee. Ja, fuck. Wow, das Spiel ist ja teilweise echt richtig gemein. Oh Mann. Also gut, hier hoch. Das hat ganz gut geklappt. Hey, wieso? Ich wollte den jetzt wieder runter. Wir waren doch schon auf dem Weg nach oben. Das ging doch vorhin auch. Dankeschön. Oh mein Gott, jetzt habe ich wieder was gefunden. Jetzt wird es vor allem... Jetzt wird das... Jetzt wird es schon in einer halben Stunde in der Keyboard-Aufnahme. Oder eigentlich ist die andere Stunde schon dreiviertel Stunde lang gewesen, ne? Shit. Das ist nicht so gut für einen Anfangspart. Oh mein Gott. Da muss es doch irgendwie einen anderen Trick geben. Das ist doch... Kann doch nicht sein, dass man so ein Scheißchen machen muss. Oh, fuck my life. Nein. Noch nicht runterrollen. Wir rollen noch nicht runter. Hörst du auf runterzureihen? Okay, jetzt vorsichtig rüber. Nein! Das war zu bald. Ich wusste es. Das gibt es doch nicht. Oh. 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 Das ist jetzt halt spannend. Es tut mir leid. Also ich glaube, nee. Das ist... Das ist... Das ist... Kein Spiel für ein Let's Play. Nee. Komm schon. Das wird auch für den Stream jetzt spannend, ne? Super Stream-Spiel auf jeden Fall. Heilige Scheiße. Oh. Ich komme nicht höher. Vorne komme ich doch auch höher. Mann. Nein. Jetzt hör auf, da runterzureihen. Das gibt es doch einwandern. Hör auf, da runterzureihen. Wie bin ich nach vorn hochgekommen? Nein, nein, nein. Ich rüste aus. Ich rüste aus. Ah. Ja, tschüss. Gibt es denn nicht irgendeinen anderen Weg? Es kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, jetzt in meinem Ernst. Wo ist denn das? Das ist genau da hinten, ne? Vielleicht kann man da ja... Cool. Vielleicht kann man da ja irgendwie mit Anlauf hinrollen. Ich glaube, das ist eher das, was ich versuchen will. Ja, geil. Danke. 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 Das kann man jetzt so gedacht sein, dass man da einfach... Ich glaube, ich sollte mir mal Videos anschauen, wie man diese Trophäen rankommt. Also, wenn ich sie gefunden habe und nicht weiß, wie ich rankomme. Ob das wirklich so gedacht ist, dass man da einfach am Rand hoch springt. Wie ein Bekloppter. Also, wäre halt irgendwie super dumm. Aber wieso? Wieso? Ich komme da sonst nicht anders. Also, hier gibt es keinen Trick, um da hochzufahren. Irgendwie eine Rampe oder sowas, die man vorher mitnimmt. Das sehe ich nicht. Ich stöße mir ja hier den Kopf erst mal an. Und da ist dann halt vorbei. Nach oben rollen ist auch nicht drin. Das ist doch dumm. Ich kann nochmal mit Anlauf versuchen, da hochzukommen, aber... Wo bin ich jetzt gerade? Ich habe keine Ahnung. Ach, auf der Stufe wieder. Das kann doch nicht so gedacht sein, ey. Ich roll doch schon wieder eher runter als rauf. Ach, so quer rüber geht es ganz gut. Nein! Es ist denn die Möglichkeit. Aber das ist natürlich richtig. Wenn es zu steil ist, gerade, dann kann man so ein bisschen quer rüber gehen. Nur, dass ich hier sitze, so ein bisschen hier in die Richtung. So ein bisschen zickzack, dann kommt man höher. Das ist natürlich wahr. Ich sehe nichts. Oh mein Gott, endlich. So, jetzt kann ich glücklich sterben. Ein Schwachsinn. Ja, cooler erster Part jetzt auf jeden Fall. Jetzt muss ich trotzdem noch das eine ausprobieren. Es tut mir leid. Das, was ich vorhin schon gesagt habe. Das, was ich vorhin schon gesagt habe. Und zwar... Hier. Da habe ich nämlich da oben das Ding gesehen. Das heißt, dann kommt man da nämlich hin. Die ist mir ja schon mal aufgefallen, ne? So ist es ja nicht. Da nämlich. Okay, wie komme ich da hoch? Von da oben. Ah, okay. Das ist dann ja relativ offensichtlich. Ja, das geht halt auch. Das geht halt auch klar. So, hops. Ja, wenn man halt springen könnte. Also, manchmal kann der einfach nicht springen. Wahrscheinlich bin ich da in der Luft oder so und dann nimmt er den Spur nicht an. Weil es so holprig ist. Äh, hallo? Hallo, Kamera bitte. Bitte, Kamera. Machen wir nicht aggressiv jetzt noch. Na bitte. Sag ich doch. Jetzt können wir noch versuchen, hier die Dings-Zusatz-Medaille zu holen, auch wenn die irgendwie nicht funktioniert hat vorhin. Vielleicht muss man dafür mindestens in der Bronzezeit bleiben, um das Zusatz-Ding zu bekommen. Kann natürlich sein. Dann wäre es zumindest noch ein bisschen... Ach, fuck. Okay, egal. Ach. Ich sterbe hier nicht mal, ja. Ich muss hier von selber beenden. Cool. Boah, da muss man schon echt gut so machen. Das ist halt, glaube ich, nicht so mein Spiel. Ah. Vor allem, was ich halt stattdessen spielen könnte, ne. Das ist halt noch was, was dazu kommt. Das, nee, nee, Leute, lassen wir das mal. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war jetzt lang genug. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Let's Play ist. Außer ihr sagt jetzt alle, oh mein Gott, das ist total lustig. Was ich mir jetzt echt nicht vorstellen kann. Deswegen. Ich belasse es dabei. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.